jo leute willkommen bei hashtag frag der frage show am abend und dieses mal die wunderbare frage mario oder sonic wer ist besser definitiv mario ich kann ihn definitiv besser spielen in smash brothers definitiv also ich finde mario einfach besser nein allgemein ich habe aus von den sonic games sonic colors gespielt und das uhr 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 alte sonic wobei man sagen muss die hentai sind von sonic geiler ist aber wieder eine andere sache auf topic thema wieso sonic oder mario wer ist besser er hat ja nicht gefragt denn was besser mario und ich muss sagen sega sonic ist der schnellere von beiden und mir gefällt das design von sonic besser wie unkreativ und bei dir du begründest deine antwort mit hentai ist okay dann hätte ich ja sonic gewagt dagegen sprich dann plötzlich nee 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 das ist er hat ja sonic gesagt okay in diesem sinne leute wenn es euch gewandert lasst ein like da scheiße nein das haben wir bei der erste frage lasst trotzdem leichter und bei hashtag frage frag klein evo fragt den d konnte dann fragen stellen so genau bei bei haut rein